Moin moin Leute und damit recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Saints Row the Third. Wir sind hier immer noch in dieser Mission und wir sollen Kill Bane fangen. Oh, how convenient. Oh, how convenient. Hey, Alice Tush. Oh. You alright? I had him. I know, I know. It's not your fault. Something weird happened. Oh, shit. Ja, ich hätte jetzt echt gedacht, wir kriegen Kill Bane. Aber anscheinend kriegen wir ihn doch nicht. Ja, schade. Nein, ihr kommt auch reingeschaltet. Das stimmt. Ich auch. Ja, nice. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was wir jetzt in dieser Folge weiterhin machen. Das war ja ein bisschen der Cliffhanger in der letzten Episode. Ich möchte mir hier nur einmal dieses Häuschen kaufen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß. Was es mir bringen wird, aber... Kann man mal machen, finde ich. Okay. Ähm, wir könnten nochmal... Du willst ja kein Auto tun. Nee, habe ich eigentlich gerade nicht so Bock. Okay. Oh, Coop-Auftrag. Was? Was? Ich weiß gerade gar nicht, was ich... Ähm, 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 ähm... Du wirst mich nicht kennen, aber ich bin dein größer Fan. Und ich... Ich benutze deine Hilfe. Wollen Sie nicht den schreitigen Jack Steiner? Möchtest du mich da und ich erkläre alles. Alles klar. Wollen wir so sitzen? LOL! Wie lustig war das gerade. Ich werde mal sitzen. Warte mal, hau den Typen mal breit. Doch, schnell. Ich will dich schnell töten. Ja. Danke. Wie du mich mit dem Auto hin und der geschossen hast, Alter. Das war richtig witzig. Das war richtig witzig. Hä? Aber das ist... Mal gucken. Ich meine, stimmt. Seine Storyline haben wir irgendwie abgeschlossen. Aber jetzt ist die normal. Die von Andy Zen oder Andy Jen haben wir auch abgeschlossen. Ähm... Warte? Ich bin tot. Ja, bist du ja da? Ach, verdammt. Ja. Ich würde gerne mich so gerne abbrechen. Ja, weiß ich. Geht das irgendwie? Ja. Wie dann? Achso. Oh Gott. Oh, danke. Was, dann haben wir sie abgebrochen? Ja, wir haben eine neue Person gestartet. Du hast ja abgehend, das haben wir uns abgebrochen. Hast du echt? Wir haben eine neue gestartet? Ja, ich habe gerade versehentlich eine neue gestartet. Wollte ich nicht, aber dann haben wir die alte abgebrochen. Die hast du auch abgebrochen. Achso, oh pardon. Nee, ist ja lauter und wollten wir auch. Das stimmt. Das ist jetzt komisch. Das ist wirklich komisch. Ähm. Warte mal. Pierce, Kinsey, Tammy, Jimmy. War auch die Jimmy mit den verrückten Wissenschaften, ne? Ja. Versteh's nicht. Ich versteh's auch absolut nicht. Warte mal, gibt's noch irgendeine Nebenmission, die man noch machen kann? Du kannst ja mal auf der Karte gucken, was es da so gibt. Oder gibt's hier noch Apokalypse Genki? Oder Abgreifen Mittel. Ja, lass das machen, oder? Oder Panzer Vandalismus. Lass mal erst Abgreifen machen. Dann fahr mal hin. Das ist gleich bei dir um die Ecke. Wo bist denn du? Bist du woanders? Ja, ich bin zwei Blöcke weiter. Südlich von dir. Hä, wo ist denn Abgreifen? Oben rechts, wenn du da bist. Aber bist du da nicht viel dichter? Nein. Ah, nee, ich bin gelb. Oh Gott, Entschuldigung. Okay, ich bin blau. Stimmt, Entschuldigung. Nee, alles gut. Reg dich doch nicht so auf, Junge. Alter, ich reg mich auf, wenn ich mich aufregen will, ja? Ey, Bruder, ich schör. Was lappest du? Ich schwöre lernen. Amenakoi. So. So. Ja, abgreifen. Easy. Was war das nochmal für eine Mission? Ich hab das schon vergessen. Doch. Ach. Ach. Das mit den Bitches. Hä? Willst du einmal markieren, wo die Nähe ist? Einmal umdrehen, bitte. Am Ende der Straße links. Ja. Mach mal geradeaus und dann bist du da. Siehst du meine Markierung nicht, oder? Okay. Nee, leider nicht. Das ist so dumm gemacht. Das ist wirklich dämlich gemacht eigentlich. Okay. Hier haben wir. Ups. Nein. Lasst unsere Nutten in Ruhe. Ihr dämlichen. Können wir mal wieder einsteigen? Hallo? Äh, weißt du, wie man hupen kann? Mit. F, glaub ich. Warte, lass mich mal einsteigen. Ja, mach du mal. Kann man die genau, wollte ich gerade sagen, kann man die vielleicht so ein bisschen anfracken? Ich glaub, die haben keinen Bock auf uns, Alter. Lass mal andere nehmen. Hä? Was ist das denn für eine Schrott? Scheiße. Hier oben wäre ein 100 Meter, aber das... Na gut. Jetzt haben wir natürlich schon die Aggro von der anderen Gang, ne? Hä, konnte man nicht mit Crewgranaten wirken? Was? Es sind zu viele Nutten gestorben. Hä? Achso, stand da nicht gerade irgendwas mit Y? Hätten wir drücken müssen? Hör mal auf, so rumzuquietschen, Digga. Ich quietsche, wenn ich will. Hä, stand da gerade irgendwas mit Y? Hätten wir Y drücken müssen, oder was? Hä, stopp, warte. Nächstes Moment. Wollen wir Panzerwandelismus machen? Ja, wir machen Panzerwandelismus. Ist wir noch... Ist der Panzerwandelismus hier nicht schon... Wir haben noch oben... Haben wir in den Straßen noch einen? Achso, warte. Irgendwie. Bitte, entschuldige. Irgendwie läuft Kapp bei uns nicht. Nee, bei uns läuft tatsächlich gerade nicht. Hier ist noch einer, ist zu? Achso, ja. Ich glaube, der besser. Nö, alles gut, der lasst ihn ja. Yes. Ja, man kann gucken, ob es besser läuft. Ähm... Hier, Panzerwandelismus war... Achso. Jetzt müssen wir hier Feinde zerstören, oder was? Alles zerschießt. Alles, was man umkippen kann, zerschießen. Nicht nur Feinde, sondern auch Straßendings und andere Autos. Achso, Straßendings. Ja, so wie Versicherungsbedruck halt noch. Und was sehr viel bringt, den Briefkästen. Ja? Ja. Also, wenn irgendwo so ein Haufen Briefkasten ist, das bringt sehr viel. Okay, ich habe gerade gesehen, so ein oller Lieferwagen bringt auch eine ganze Menge. Aber ich glaube, das können wir ganz easy schaffen. Ja, doch, geil. Und sehr gut, wenn wir uns trennen. Oh, ja, das stimmt. Cool, ich habe gerade einen Hubi vom Heli, vom Himmel geholt. Der Menschen bringt ja mal richtig viel. Ja, Autos auch. Oh, was? Wir haben schon gleich gewonnen. Ja. Lol. Jetzt haben wir es. Das ist ja witzig. Können wir jetzt nur einen Rekord aufstellen, oder was? Nein. Nee, ist schon vorbei. Wir sind einfach so gut in Panzerwandalismus. Es ist unglaublich, wie gut wir daran sind. Und wir kriegen dadurch noch so einen Bezirksbonus. Äh. Mal gucken. Wir können ja mal gucken, was für einen Bezirk wir noch gar nicht haben. Da können wir dann vielleicht noch ein bisschen was machen. Warten auf Max-Man steht bei mir. Ja. Oh Gott, bei mir regnet es gerade im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man nicht so krass. Regnet es bei mir bestimmt auch gerade. Relativ wahrscheinlich. Hä? Ne, an der Straße hier. Ne, an der Straße hier. Eskorte? Also das Spiel ist ja auch gemein verbuggt. Oh, ja. Okay, eskorte kommt hin. Ja? Aber steht es bei dir nicht drin, dass wir es schon mal gemacht haben? Doch, jetzt schon. Komischerweise. Ist ja witzig. Max-Man springen auf. Ach, kannst du ja nicht mitfahren, ne? Ja, ich bin zu fett. Scheiße. Äh, wollen wir da mal hinfahren? Zum Ende der Folge nochmal? Ja. Ja. Ja, komm, das mache ich. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Die Bullen. So eine Wellen-Kurteil, cool. Ähm, einstel. Oh, noi, wir haben die erste Welle geschafft. Ja, ja, hör auf wieder mit deinem tollen, super Sniper hinzu. Ah, stimmt, du kannst jetzt rumfahren. Warte mal, darf ich das Geschütz haben? Ist das cool? Bringt nur nichts, wenn du einsteigst. Ich weiß. Stimmt, ich hole mir einen eigenen. Ja. Nein. Ich habe ihn getötet. Okay. Bitte. Danke. Nein, ich bin tot. Max-Man kann so kurz aufsteigen und mich wiederbeleben. Vielleicht kannst du vorher das Auto wegschieben. Weil ich liege so ein bisschen unterm Auto. Guckt mich nicht. Oh, danke dir. Das ist alles, Tate. Stimmt, ich kann ja vorne einsteigen, dann kann ich das Geschütz einfach so verwenden. Aber schade, diese gepanzerten Autos hier, die sind irgendwie echt resistent dagegen, kann das sein? Ja, aber ist er eigentlich gut. Vom Stack. Oder S... T... Äh... A-G. Achso, das ist ein VTOL. Max-Man, wir müssen mal gucken wegen dem scheiß VTOL. Okay, wir haben den VTOL. Digga, was? Es ist erst Welle 3? Was hast du denn schon Welle 5? Ich glaube, die werden dann ganz schwerer, die Wellen. Glaubst du? Glaubst du echt? Aber ich wollte dich gerade nicht überfahren. Was, Welle 3 geschafft? Ernsthaft? Den steige ich immer wieder auf mein Motorrad. Ich bin... Der Ghost Rider. Und wir sind Scooter Brothers. Habe ich den Scooter Brothers Insider nicht schon mal irgendwann gebracht? Ich glaube... Ja. Ey, warte mal. Können wir nicht einfach Kinsey oder irgendwen anrufen? Mit unserem Telefon und... Ähm... Karte? Telefon? Hier, ich ruf mal Oleg an. Also Oleg müsste gleich als Verstärkung kommen. Ah, er ist am Start. Hä, ist schon vorbei? Ja. Haben wir es geschafft? Ja, ja. Warum habe ich das gar nicht mitgekriegt? Und wo kommen die ganzen Saints-Leute her? Ich habe Freunde bestellt. Gute Arbeit im Mix, man. Ich habe viele Freunde bestellt. Oleg wirft hier mit dem Briefkasten hin und her. Mit irgendwelchen Straßenabsperrungen. Ja gut. Dann würde ich sagen, was ist für diese Folge? Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt auf Saints Row the Third. Und dann würde ich sagen, Maxman sagt wie immer... Auf Wiedersehen.